Nach ein paar Nervenzusammenbrüche habe ich ja aus diesem Zimmer das Wunderschöne gemacht. Und da ich wieder Bock hatte, ein bisschen Broker zu werden, musste mein Wohnzimmer diesmal dran glauben. Also habe ich mir nur einen Teppich gekauft, denn der alte war ziemlich versüfft. Der Dank geht an meine Katze. Teppich draußen war, habe ich dann erstmal geputzt und diese Tanzanlage gab es gratis. Nach dem Wäscheaufhängen ging es dann weiter. Kleiner Tipp an euch, nehmt Weichspieler und Wasser und dann duftet die Bude richtig geil. Wem die Couch auch mit neuen Decken eingekleidet war, kam ich auf die Idee, den Umzugskarton zu verschönern, damit ich ihn nicht wegschmeißen muss und es trotzdem alles gut zueinander passt. Ja, weil ich keine Hilfe bei der Couch hatte und ich sie nicht selber tragen konnte und mich auch nicht klonen konnte, musste mein Kochtopf dran glauben und für mich die Couch halten. Mein Tisch muss noch gespart werden, aber ich muss sagen, jetzt sieht es richtig geil aus. Keine Ahnung, wer sich das jetzt eine Minute reingezogen hat, aber ich gehe.